Test, 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 test. Guten Tag da draußen und für alle Hamburger Hummel, Hummel. Den Rest wisst ihr. So, was ist los in Hamburg? Vor kurzem habe ich noch das gesehen. Sie nennen sich die 315er, benannt nach der Nummer eines Parkhauses, in dem sie sich getroffen haben. Jetzt hängt die Jugendgang vorwiegend am Hamburger Jungfernstieg ab. Körperverletzungen, Messerstechereien, Raub, die Delikte häufen sich. Die Polizei versucht nun mit der eigens aufgestellten Soko Alster wieder für Ruhe zu sorgen und das Gewaltproblem zu lesen. Dennoch meiden inzwischen viele Passanten vor allem nachts die beliebte und edle Flaniermeile der Hansestadt. Hamburg, Jungfernstieg, hartes Pflaster. Zumindest seit sich die ehemalige Prachtstraße zu einem beliebten Treffpunkt von Jugendlichen und jungen Erwachsenen entwickelt hat. Die meisten mit Migrationshintergrund, arabischstämmig oder aus Südosteuropa. Eine Gang nennt sich die 315er, aber eigentlich sind es eher lose Zusammenschlüsse von Jugendlichen mit wechselnden Koalitionen. Allen gemeinsam ihr Auftritt als Tallerhorn. Auf viele Hamburger wirken sie einschüchternd und teilweise sind sie es auch. Es finden dort regelmäßig Schlägereien statt, Drogendelikte bis hin zu Raubstraftaten. Messer werden eingesetzt. Gerade erst Ende August hat es dort ein versuchtes Tötungsdelikt gegeben zum Nachteil von zwei verletzten Personen. Die Gewaltspirale in Hamburg, die dreht sich immer wieder nach oben. Ganz ehrlich ist St. Georg, ein Stadtteil, wo sich halt viele Kriminelle umher treiben, wo es auch viele Obdachlose gibt. Als Jugendliche habe ich das oft gemieden. Aber gerade so die Alster, da bin ich immer gerne lang gegangen. Wenn du rübergegangen bist nach St. Pauli, auch nicht weit entfernt, da empfand ich das immer schon als normal. Auch damals, dass es halt Messer und Waffendelikte gab. Aber momentan dreht sich das so hoch und Gangs gab es ja schon immer. Also gerade um St. Pauli gab es ja schon immer wie Gangs. Und ich denke mal, viele werden sich daran erinnern an die ganzen Zuhälte, die es da gab und welche Banden es da gab. Und momentan habe ich das Gefühl, dass da immer mehr passiert. Vor kurzem noch das hier, 21.10. So und damit schauen wir in die Hansestadt Hamburg. Denn dort ist es schon wieder zu einer Schießerei gekommen. Und dabei ist auch ein Mensch ums Leben gekommen. Den aktuellen Anlass, den soll eine Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus gegeben haben. Die Mordkommission der Polizei arbeitet auf Hochtouren. Spuren werden gesichert, um den Tod eines Mannes zumindest ansatzweise klären zu können. Dennoch steht die Polizei vor einem Rätsel. Rückblick. Am Sonntagabend soll in einem Mehrfamilienhaus im Herrengraben in Hamburg ein Streit eskaliert sein. Es fallen mehrere Schüsse, ein Mann wird getroffen, er bricht im Treppenhaus schwer verletzt zusammen. Notärzte versuchen das Opfer noch zu reanimieren, jedoch vergeblich. Währenddessen kann der Täter offenbar fliehen. Die Polizei löst umgehend eine Grußfahndung aus. Spezialkräfte der Bundespolizei und Spürhunde sind im Einsatz, um den Täter zu finden. Die Angehörigen des Opfers erhielten nach dem Vorfall psychologische Unterstützung. Die genauen Hintergründe des Streits sind bislang noch nicht bekannt. Hamburg fühlt für mich gerade immer mehr wie Berlin. Und Berlin und Hamburg werden immer mehr wie der wilde Westen, wie Amerika, habe ich das Gefühl. Und Hamburg ist meine zweite Heimat und da muss ich immer sagen, es ist zum Kotzen, wenn ich andauernd sowas aus Hamburg höre. Man muss nur eingeben, Hamburger Schießerei. Wieder mal Schießerei innerhalb von wenigen Tagen. Schon wieder in Hamburg. Mann 23 angeschossen. Von Sascha Wimmer. Hamburg. Wenige Stunden nach einer tödlichen Schießerei im Hamburger Stadtteil Billstedt peitschten erneut Schüsse durch die Hansestadt. Diesmal im nahegelegenen Stadtteil Rahlstedt. Nach ersten Angaben der Polizei vom Sonntagmorgen ist dabei ein Mann 23 schwer verletzt worden. Täter trotz Großfahndung weiter auf Flucht. Nach dieser neuen Tat in Hamburg, kurz vor Mitternacht in einem Wohngebiet im Bereich des Schimmelreiterwegs, flüchteten mehrere Täter laut Aussagen des Opfers mit einem weißen Auto. Eine sofortige Großfahndung mit über einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen und Diensthundeführern nach dem Wagen blieb jedoch erfolglos. Die Täter sind weiterhin auf der Flucht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand erschien der 23-Jährige an der Wohnanschrift seiner Lebensgefährtin. Nachdem er sein Auto verlassen hatte, traken mehrere dunkel gekleidete Männer an ihn heran und schossen unvermittelt auf ihn. Opfer mit Schussverletzungen in Krankenhaus eingeliefert Das Opfer wurde schwer verletzt mit Schusswunden per Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, schwebt laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Genauere Angaben zu den Schussverletzungen sowie zu der Motivlage konnte die Polizei am Morgen nicht machen. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Hamburg unter 0404 286 56789 zu melden. Schüsse nach Streit in Mehrfamilienhaus Wenige Stunden zuvor wurden bei einer Schießerei am Samstagnachmittag ein Mann 34 in Hamburg-Billstedt getötet und ein weiterer schwer verletzt. Dort soll es gegen 16.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Hauskoppel zu einem Streit zwischen mindestens drei Männern gekommen sein. Als die Polizei am Tatort eintraf, fanden die Beamten einen Mann mit Schuss- und Stichverletzungen. Er starb trotz Wiederbelebungsversuchen. Ein zweites Opfer, 30, hatte ebenfalls Schuss- und Stichverletzungen und musste in einer Klinik notoperiert werden. Die Polizei nahm vor Ort einen Tatverdächtigen 37 vorläufig fest. Eine Schießerei nach der anderen in Hamburg. Auch in der Nacht zu Samstag wurde in Hamburg geschossen. Ein Schütze ballerte vor einer Kneipe im Stadtteil Harburg herum. Für Aufsehen hatte auch gesorgt, dass erst vor wenigen Tagen in Hamburg ein Jungunternehmer erschossen wurde. In Hamburg sitzen die Schusswaffen gerade offenbar locker. Ich sage, wilder Westen. Man hat nicht vergessen, wie schon gesagt, gerade auf dem Kiez war es oft so gewesen, ob es die Angels waren, ob es damals die Zuhälter waren. Es gab schon immer viel Kriminalität. Und ich weiß noch damals, da bin ich gerade aus Harburg rübergefahren. Habe ich das in der Zeitung gelesen? War ja am Bahnhof. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich bin in die City gefahren. Ich bin aus der Pauli gefahren. Und da stand ein Artikel, ich weiß es nicht mehr, Hamburger Abendblatt oder irgendwas. Und da stand noch, in der Davidwache, das ist die, die viele Leute kennen, direkt auf dem Kiez, kommt ein Polizist auf tausend Verbrecher. Aber das hier innerhalb von wenigen Tagen ist für mich auch komplett das Neuland. Und wir verlieren immer mehr die Kontrolle über unsere Gesellschaft und immer mehr die Kontrolle über unser Land. Und die Politik, ich kriege nicht mit, dass die irgendwie einschreitet. Und nein, wer auch immer das war, es wird auf einmal ein ganz anderes Leben in Deutschland. Und mein Gefühl ist, es wird immer unsicherer. Liebe Hamburger, schreibt mal bitte rein, es würde mich interessieren. Wie seht ihr das? Als Kind habe ich kein Problem gehabt damals als Jugendlicher, durch die U-Bahnhöfe durchzugehen. Man hat immer mal auf irgendwelche Typen getroffen oder sowas, die eigentlich ganz wohlgesonnen waren. Aber erst mal habe ich nicht darüber nachgedacht, ob die ein Messer dabei hatten. Und zweitens, wenn es einen Vorfall gab, dann hat man sich mal ein bisschen gebollert und dann war es das. Absolut irre geworden in Deutschland. Es muss doch mal wieder eine Führung geben in der Politik, dass man dagegen vorgeht. Viel geändert hat sich nicht. Viele Hamburger und vor allem Hamburgerinnen meiden die Gegend, vor allem abends und nachts. Für mich ist es auf jeden Fall manchmal sehr komisch in der Nacht alleine, hier in Hamburg rumzugehen. Ich bin auch sehr, sehr vorsichtig. Wenn man sich das so anschaut, ist es eigentlich ein total schöner Standort, den man ja eigentlich auch genießen könnte. Aber wenn man... 100 Prozent, auch abends da lang gehen, zum großen Wall oder sowas, da allgemein so durchgehen zum Rathaus, ist alles super schön. Ich weiß gar nicht mehr. Es gab auch immer, als der Festhage, ich glaube ich ging zwei Wochen, eine Woche, ich weiß nicht mehr. Da war es mir super gewesen, mit meinem Vater rüber zu gehen. Also ich fand es auch immer, selbst als junger Mensch, immer schon sehr schön da. Wenn man sich das halt abends anschaut, dann geht man doch lieber woanders hin. Das ist mehr Jugendbande oder nicht nur Jugendbande. Junge Männer, mittleren Alters, alles. Also seit 2011 bin ich hier und seitdem hat sich das massiv verschlechtert. Die meisten Aggressionen spielen sich innerhalb der Straßengangs ab. Auch die Polizei zeigt deutlich mehr Präsenz. Dennoch bleibt für viele Bewohner der Hafenstadt ein ungutes Gefühl auf ihrer Prachtstraße. Dem Jungfernstieg, der hat seine Unschuld erst einmal verloren. Ja, werte Zuschauer, dann, ich bin auf eure Meinung gespannt. Lese ich mir durch. Was meint ihr, was kann man da noch dran ändern? Nächste Demo gegen rechts. Ja, schreibt eure Meinung rein. Bis dahin, ich danke fürs Zuschauen. Und falls ihr noch nicht getan habt, lasst gerne ein Abo bei mir, liken. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, seht ihr hier oben in der Ecke Paypal. Könnt ihr mit dem Handy anklicken, also hier mit dem QR-Code. Oder ihr geht in die Beschreibung rein, da steht mein Buchkonto drin. Ich danke für jede Unterstützung und damit macht es erstmal gut.